Herzlich Willkommen zurück zu Clicker Hero Chick. Okie dokie Aufnahme läuft, dann würde ich mal sagen können wir auch direkt Loslegen, ja hier raus wird jetzt erstmal nichts mehr, ne, die Ascension, ich denke mal, die ist soweit tatsächlich aufgebraucht, bis 338 haben wir es geschafft, übrigens haben wir letzten Folge vergessen hier die Diktabumsatz zu machen, kann das sein, naja was soll's, wenn die alle sterben. So, ansonsten würde ich sagen wir machen jetzt eine Ascension und das einlassen wir gleich mal da, wir speichern, das Ding ist übrigens noch offen, weg damit. Weg damit, wir können nochmal in Vollbildmodus gehen, apropos, ne ok, mein Basic Click ist bereits geschlossen, sehr schön. So, wir haben gespeichert, das heißt wir machen jetzt das genialste auf der Welt, eine Transension. 5011, wir haben tatsächlich 50 Engels geschafft, lol, ja, komplett, geht das, ja, es geht, aber wir kriegen, doch wir kriegen sogar Wubi, leck mich am Marsch. Wir kriegen Gold und Rubis. Das Kranke ist jetzt gerade was mir einfällt. Angenommen, wir lassen das Eis die ganze Zeit hier, da könnten wir die ganze Zeit immer wieder raufklicken und damit immer wieder Gold bekommen. Das macht... Digga, das ist so komplett gut, das ist so... Neru. So, zu aller, jetzt machen wir mal auf die Klicks. Dann gucken wir erstmal... So, Idle machen wir diesmal gar nicht. DPS machen wir 10. Hier wollten wir auf 13 gehen, ich gehe trotzdem erstmal nur auf 10. Guck mal, war Gamaru, wollten wir auf Level 5 gehen, Fragezeichen? Ähm... Wisst ihr was? Ich bin sowieso gerade am überlegen, ob wir nicht... Äh, dass wir nicht alles bis einfacher direkt am Anfang ausgeben. Sondern uns das mal so hier oben lassen und dann gucken bei Bedarf, was wir nachleveln können. Macht das Sinn? Ich hoffe mal. Ja... Von daher sind die ersten, die mein wichtigsten schon mal aufgestellt. Ähm... Ja, ich starte gerade hier Klickerheber, damit wir den Bossfight machen können. So, zu allererst... Quick Ascension. Ganz klar, Quick Ascension. Dankeschön. So... Oh, wir sind 100 Mal ascended? Genau. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm... Was wir nehmen... Das ist eigentlich Schwachsinn. Ach Gott. Willstens die, die Damage machen... Ja! Das ist doch das, was ich brauche. Okay, jetzt haben wir aber keine Hero Soul mehr zum Aufleveln. Gut. Die Söldner bringen uns nichts. Okay. Ich mache einfach mal hier ein bisschen Damage. Du gehst nach da. Okay. Man merkt direkt den DPS Bonus. Das ist halt sehr schön. Ähm... Die Frage ist, was machen wir noch? Gucken wir mal Gamaru, lassen wir erstmal raus. Admin, lassen wir erstmal raus. Ich meine, bei Admin können wir tatsächlich 4 Levels reingeben direkt. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Babos hatten wir auch gesagt, den wollten wir auch ein bisschen hochleveln. Ja. Vor allen Dingen aber Dora. Vor allen Dingen aber Dora. Dann machen wir erstmal ein Level. So. Kronos ist komplett egal. Mal. Ja, guck mal, Vakamaru. 10 Level kostet halt 55 mit einmal. Das ist scheiße teuer. Wird aber halt die Wands schneller machen. Und wir kommen jetzt garantiert in Zeiten, wo wir sehr lange für ein Wands brauchen. Deswegen das halt... Aber gesagt, ich lasse es erstmal... Lass ich erstmal... Ich gehe mal weitere 10 Level kaufen. Easy. Kein Problem. Lass ich auch erst... Ich glaube, wir lassen es so tatsächlich jetzt erstmal sein. Da können wir uns später noch Gedanken drum machen. Wir haben erstmal... Ui... 3,34... Okay. Wir haben erstmal das Wichtigste wieder online. Ne? Und ähm... Wir haben schon mal mehr Primal Souls als davor. Wir haben mindestens genauso viel DPS wie davor. Wir haben aber dafür eine höhere Transension. Das heißt also, wir haben mehr Primal Heroes. Also mehr das hier. Mehr das hier. Ist gleich viel mehr von allem. So. Ähm... Genau. Und da würde ich mal sagen, lassen wir das Ganze erstmal so. Und dann... Oh! Du bist genau 150. Ist ja sehr schön. Weg, weg, weg. Kann ich nicht kaufen? Nein, noch nicht. Jetzt kann ich nicht kaufen. So. Apropos kaufen. Oh, ich darf nicht das Ei-Borgen. Apropos Ei-Borgen. Oh mein Gott. Das ist so eine Geldbombe. Das glaubst du gar nicht. Alter. Ey, wie könnte... Es ist doch... Scheiße. Ich fühl mich... Ich... Ich... Zum einen... Weißt du, zum einen haben wir halt die Möglichkeit. Deswegen würde ich die Möglichkeit halt auch nutzen. Zum anderen ist es aber halt... Das ist einfach nur noch cheaten. Das ist... Ich weiß nicht. Das kann man doch nicht mehr als... Ja, irgendwie abtun. Kann man das... Kann man doch gar nicht mehr. Das ist doch eiskalt cheaten, was ich hier mache. Oder nicht? Also... Bug-Using. Wie man ja so gerne sagt hier. Das ist... Aber es macht halt so Spaß. Es ist halt so geil. Guck... Guck immer wieder Goldwetter umsteigt. Es ist kostenlos Gold. Es ist einfach so scheiße. Es ist einfach dumm. Es ist einfach richtig dumm, Alter. Äh... Ja. Na gut. Ich würde mal sagen, die Rubine, die wir haben können, haben wir? Oder? Kommen noch mehr Rubine? Nein. Von daher würde ich fast sagen... Ich... Mach dich mal weg. Ich mach dich. Sonst bin ich die ganze Zeit nur noch dabei aufs Ei zu klicken. Das ist ja... Das wäre ja... Nee. Nee, du. Können wir nicht machen. Das können wir echt nicht machen. Das verstößt gegen alle guten Zitten. Die... 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 Irgendwie wo gibt's auf der Welt. So... Machen wir noch ne Quick Ascension. Dann haben wir noch mal 7 He-Engine. Sollte ich wir hier äh... Nutzen können. Nutzt sich das? Ja, nein. Ähm... Nicht wirklich, nein. Wir warten lieber bis die Combo ordentlich hochgefahren ist. Ich meine, wir haben jetzt schon 150% plus. Das geht schon ganz gut. Ähm... So, dann leveln wir mal hier. Ähm... So... Können wir hier von uns haben sich level kaufen. Sehr schön. Man merkt schon langsam, wie es echt direkt langsam wird. Ich sollte man die ganzen Upgrades kaufen hier, ne? Hopp. Und nochmal. Hopp. So, alle Upgrades gekauft. Und schon geht's auch schneller, weil damit nämlich unser Klickschein gestiegen ist. Durch die ganzen, ne? Hier die ganzen kritischen Dinger. Und hier... Das mit diesem 5%... Also 0,5% von DPS auf Klick. Und so weiter und so fort. Das ist alles was halt wichtig ist. Das alles haben wir jetzt. 1, 2, 3. Okay, das Ritte war zu teuer. Können wir bitte jetzt nicht mal scheiß Klicker hier wo starten? Ist doch kacke hier. Scheiß Tablet, alter. Ah. Das rückt mich auf. So... Ich würde halt gerne hier ein bisschen mehr ausgeben. Was wir jetzt zum Beispiel machen könnten, wären hier einfach mal 100 Level. Also noch 90 Level mehr kaufen. Geht eigentlich V? Ne, geht nicht. Schade. Äh, hier noch 90 Level kaufen. Dann hätten wir halt nochmal 10-fach DPS. Die Sache ist, Ponyboy bekommen wir nicht mehr hochgelevelt. Also, angenommen wir würden ihn halt auf 20 bekommen. Dann hätten wir quasi das 20-fache Level. Da sein Level mal 2 genommen wird, um diesen Wert zu berechnen, heißt also das Doppelte mal das Doppelte. Also die 4-fache Effektivität. Für den 1,5-fachen Preis, den ich hier für die 10-fache Dickster-Boomster Effektivität benutzen würde. Jetzt ist jetzt die Frage. Macht das Sinn, dass ich so rechne, oder vergleiche ich gerade Äpfel mit Birnen? Das ist halt so die Sache. Außerdem wird das nicht später wichtig. Deswegen. Ich bin irgendwie gewillt, das jetzt mal rumzulassen, aber ich will halt klicken. Ich will irgendwie irgendwo klicken, ja. Ha. Scheiße. Wander. Oh, schluss. Gut. Äh. Segen, ja. Ich kaufe mehr. Mehr. Was? Kennen Sie was ich gerade machen? Egal. So. Ich glaub mal, ich bleib einfach überall bei 125. Kann man sich besser kaufen, kann man sich schneller kaufen. Das einzige, wo wir dann wieder 150 kaufen müssen, ist den Admin. Äh, Admin, klar. Hier, ähm. Sag schon. Der Typ, der die Welt zurück... Äh. Ich hatte grad den Namen. Hallo? Bin ich jetzt grad dumm, oder was? Amen, Hopp. Amen, Hopp. Alter, also manchmal würde ich mich echt selber schlagen. So, heute haben wir noch nicht gemacht, weil die Kack-App immer noch nicht funktioniert. Was ist denn hier los? App schließen? Ja, dann schließ doch die Kack-App. Alter, was ist denn schon wieder mit dieser scheiß App los? Ah, Mann, ey. Kann Klicker hier wohl nicht einmal so funktionieren, wie es soll? Naja, wir lassen es den Schwanz kann ich hier abholen. 4-Hero-Souls. Immerhin. Gebe ich direkt mal hier aus. Und bei denen ist es eigentlich egal. Lass mich einfach mal so. Ah. So. Dankeschön. Achso, ich kann ja auch einfach hier unten. Dankeschön. So, jetzt haben wir schon mal drei Skills aktiviert. Sehr geil, das Ganze. Sehr, sehr geil. Ähm. Also, man muss schon sagen, insgesamt sieht man schon zum ersten Mal eine ordentliche Steigung drin. Ich meine, die letzten Essentials waren echt ein Krampf, muss man dazu sagen. Aber dafür haben wir immerhin es geschafft, auf 1e10 zu kommen. Insgesamt. Als Faktor. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, was du für ein Skill bringst. Achso. Ihr seht die Biene. Hier ist gerade eine Biene. Ihr seht die Wahrscheinlichkeit nicht, weil die hinter meiner Kamera ist. Aber ihr kennt ja die Biene bereits. Ne? Die krieg ich gerade an. Und wir haben Clickstorm. Naja. Naja. Was soll das? Was? Warum nicht? Das dauert mir jetzt so lange. Ist doch hier. Machen wir mal ein Hochlevel. Bis auf Level 5. Halos. Und der Nächste. Ist auf Level 5. Halos. We need more Level 5. Tu darauf. Lalalalalala. Lalalala. Lalalala. Kann man bitte mein Handy jetzt irgendwas sinnvolles hier machen? Ich krieg ne Macke. Ich krieg echt ne Macke. Jaaa. Klickerhego reagiert. Und hängt schon wieder. Ah. Es reagiert. So. Einmal. Bitte. Ich weiß nicht. Klickerhego ist wie so ein Windows Rechner. Ja. Rechner fährt hoch. Desktop ist da. Man denkt okay ist hochgefahren. Aber in Wirklichkeit warten noch 20.000 Sachen im Hintergrund. Und die ganze Zeit so dieser diese komische Sandurter. Genauso kommt ein Klickerhego mittlerweile vor. So. Reagest du jetzt? Sehr schön. So. Autotipper. 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 Jetzt äh. Clan. heutiger Kampf. Und Fight. Hat ja lange genug gedauert. Warte. Jetzt hängt er noch mitten im Boss Fight. Ernsthaft? Das ist doch so traurig eh. Ah. Das ist traurig. Oh man. Diese Tablet Version ist echt krank. Ich mein klar. Zugegebenes Tablet ist nicht mehr das neueste. Aber trotzdem. Wenn du halt für so ein einfaches Spiel. Und ja. Das ist für mich ein einfaches Spiel. Halt ein super modernes Samsung Galaxy Tablet brauchst. Damit du überhaupt einigermaßen ordentlich spielen kannst. Das ist dann für mich äh. Am Sinn vorbei entwickelt. Ja. Collect Reward. Früher geht auch nicht mehr. Standbilder hier. Gott. Ich will mein Pentium PC wieder haben. Der war wenigstens schön. So. Kampf ist vorbei. Okay. Das Spiel braucht alleine eine Minute um sich zu beenden. Danke dafür. Ach. Mach was du willst. So. Wir haben jetzt in heutigen Weid auch. Äh. Weight auch drin. Das heißt. Refresh. Todays Weight. Und Collect Reward. Sehr schön. Das können wir eigentlich direkt. Lassen wir einfach so. 1, 2, 3, 4, 5. Da hat nicht ganz gereicht. Schade eigentlich. So. Jetzt bitte ausgehen. Danke. Ähm. Gut. What we need ist. Ähm. Hier 20 Level. Da 20 Level. Da 20 Level. Da 20 Level. Und dann am besten noch. Da 20 Level. Da 20 Level. Schaffen wir noch 25. Jawoll. So. Dann haben wir. Äh. Jetzt sind wir schon mal richtig gut aufgestellt. Die erste Essential ist doch schon wieder fast vorbei. Dann können wir gleich die erste richtige Essential machen. Ne. Ich unterscheide ja immer zwischen ne. Pseudo und richtig. Ähm. Ja. Von daher. So. Danke. 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 Für die Blumen. Für die Post. Danke. 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 So. Armenhaupt schaffen wir noch nicht. Schade eigentlich. Äh. Wer fehlt denn hier? King Medias? Haben wir hier nicht alle? Den wüsste doch. Oh. Übersprung. Na schau mal einer. Guck. Ist auch irgendwas schwarz? Ähm. Nö. Sehr schön. Gut. Jetzt können wir auch die bei dir kaufen. Komm doch mal bitte. Danke. Danke. So. Und wir sind mittlerweile im Primal. Primal Bereich. Ist der nächste schon Primal Boss? Bitte, 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 bitte. Ja. Wollte 20.000. No, das geht. Das kann man machen. So. Dann machen wir mal hier ordentlich mal Party hier. Äh. Bam. Äh. Party hard. Und so. Ja. Das war natürlich gewollt. Das wollte ich genauso. So. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. So. Der nächste. Oh nö. 30 Sekunden schon vorbei. Ist ja langweilig. Äh. Äh. Das mit dem doppeldicksten Monster war Frodite, ne? Ja. Frodite. Na dann. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben 20% mehr Power. Yay. So. Ich mach mal dich einfach mal darauf. Wobei. Geht mir doch. Geht mir doch zu schnell. Ich mach lieber darauf. So. 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 Wird das ganze harex denn wieder ein selbst Brenner. Dank unseren 1000% DPS Bonus. Das zieht schon ordentlich rein. Davon können wir ausgehen. Oder Da der, äh. Sieht man ja. Dass das hier ordentlich reinbummst. Was haben wir hier schon wieder für Dreck. Kleptos alter. Wenn dann wenigstens kommt man mal Gemaron. Ich hab übrigens überlegt. Also wir werden jetzt hier mal doch tatsächlich hier Gucken, ob wir hier was gebrauchen können Und zwar nach Kumawakamaru Also wenn wir welche finden mit Kumawakamaru Dann werden wir die tatsächlich hier um einsortieren Weil Kumawakamaru ist der Einzige, wo ich mir so denke Okay, da könnte es sich lohnen Also ansonsten lassen wir einfach alles andere raus So, ab jetzt ist Frostleaf Was heißt, ab jetzt ist das Ganze ein Selbstläufer Jetzt können wir mal zugucken Die Sache ist, viel höher wird es ja auch gar nicht mehr Deswegen können wir eigentlich jetzt schon das Händen So, jetzt gehen wir hier raus Damit wir auch mal die Upgrades kaufen können Apropos, du bitte auch So, und dann kannst du jetzt weitermachen Mit was auch immer du da gerade machst Ich will kaufen Jut Der nächste Boss, gucken ob der im Panel ist Nein, weil er nicht Schade eigentlich Jammer schade Oh, ich hätte gerade das Ding kaufen können Los, gib es mir Gib es mir Ein Homosohn Ach da Weg mit dir Ich hasse dich Danke Weg da So Aber irgendwie haben wir jetzt gerade kein Glück Kann das sein? Also wenn der nächste Boss jetzt hier kein Primal Boss ist Dann rast dich aber aus Warum warten wir eigentlich noch darauf? Ich meine, viel mehr bringt er, wie gesagt, eh nicht Also von daher Egal, ist er gleich erreicht Und natürlich kein Primal, komm, leck mich am Arsch So, dann machen wir jetzt hier erst richtige Sension Hier wieder alles auf Klickschaden optimiert Boom, boom, boom Ähm, und wir legen direkt mal los Das heißt Oh, unser, unser Osterein Jaaa Gib mir Rubi Und Rubi alle Schade eigentlich So Ähm Wir gucken jetzt mal, ob hier noch weitere kommen, die irgendwie Sinn machen DPS Nein Träuser Chess Nein Obwohl doch Warum eigentlich nicht Ähm Ah, der, 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 der ist wichtig Der ist ganz wichtig Ähm Gut, soll ich erst mal reichen So Den kriegen wir direkt auf 4000 Achso, ich, ach nochmal, ich will nicht mal auf 9 So, genauso wie auch, ähm Den mache ich mal auf 8 Den einmal auf 9 Den einmal auf 9 So, der ist ja auch ein sehr teurer Und den einmal auf 9 So, jetzt gucken wir mal Okay Dann können wir ja gleich auf 9 Also Na So So Und dich machen wir mal Bis 50 So, lange wird es teuer Kronos Ist mir ehrlich gesagt gerade egal Der Typ ist ganz geil Den können wir nehmen Der Typ ist ganz Ne, Golden Click haben wir noch nicht Der Typ ist ganz geil Den können wir nehmen Was ich halt gerne hätte Wäre jetzt hier das mit dem Äh, Gilded Damage, ne Kommt nochmal, Quatsch Umfinde ich Ein Hohensohn Wie wohl Was sag mal, hallo Ach, geht doch Dankeschön So Der Typ ist nämlich auch leider sehr teuer Ach nee, Quatsch Stimmt ja gar nicht Der ist ja einer der preiswerten Ha Also 99 Bam Direkt reingebuttert Und dann würde ich mal sagen Ähm Da sind ja auch die billigen Also auch direkt bis 99 So Dann sind wir mal relativ gut aufgestellt Jetzt können wir erstmal direkt hier loslegen Und äh Warum können wir über 100 Level kaufen? Ich dachte jetzt geht es direkt los mit dem Gold hier und so Aber nee, natürlich nicht Das Spiel hat was anderes mit uns vor Na Das Spiel denkt sich eher so Mh-hmm Ja Können wir mal bitte ruhig angehen hier So Dann haben wir erstmal ein bisschen hier Action Ähm Hier können wir erstmal ein paar Dinger da Dingern Die gehen erstmal direkt alle auf Auf, 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 auf gehen hier Ich hoffe mal, das wird nicht zu teuer Nee, ich habe mal 1000 gekostet oder so Also auf jeden Fall eher wenig Dafür ist aber frostig erstmal erstmal direkt Ein richtig schönen Bums Ne Also da wird gebumst Bis der Bums Weil der ist ja auch egal jetzt Ein Fisch So Wie teuer wären weitere 100 Definitiv zu teuer Weitere 100 Level Weil das müssten wir jetzt denn 5 mal kaufen Also mindestens 3 mal Und das wird mir doch zu teuer Äh lol Bei meinem Laptop Hat sich gerade So aufs Team beendet Warum auch immer Ich meine ich bin ja von Sowieso nichts besseres gewohnt Aber warum sich das ausgerechnet Teams beendet Ob es so abgestürzt ist Ich meine ich würde bei meinem Nichts anderes erwarten Aber ganz ehrlich Seltsam ist es schon Weil das Programm ist was von Aber zumindest läuft es auf Unter Ubuntu Bisher hat ja Teams auch gut funktioniert Vor allem das Icon Trace Ist immer noch da Öffnen Hä Okay Hat das irgendwie nur minimiert Warum das denn Ist die Maus noch aktiv Nö Muss keiner verstehen Produkte von Sind sowieso nicht da Um sie zu verstehen Von daher Hach ist das schön Wenn man extra ganz oft Microsoft sagt Nur um es dann zu zensieren Beim Reden Was Ich habe Microsoft Teams Auf dem Laptop Wie gesagt Wir machen gerade in der Schule Homeoffice Und Irgendwann Corona Und so Und ja Das läuft halt über Microsoft Teams Also habe ich Microsoft Teams Auf dem Laptop Sehr schön Ich merke echt noch Dass es am Anfang halt ultra langsam ist Weil wir halt 10 Monster haben Das heißt wir haben halt die neunfache Zeit von normal Das ist schon echt heftig Weil später wenn wir dann ja Kumo Wakamaru halt auf hohes Level haben Dann haben wir bloß noch ein Also Von der Zeit her Effektiv ein Monster pro Ebene Das heißt eine halbe Sekunde pro Ebene Und jetzt haben wir halt viereinhalb Sekunden effektiv Und damit halt Naja Das neunfache Das ist schon Außerdem ist ja logisch Wenn wir normalerweise zwei Monster Also eins effektiv haben Und jetzt zehn Also neun effektiv Heißt das Eins zu neun Das neunfache Ey Klub mal Das muss ich nicht weiter erklären Ich hoffe da einfach Oder Ich zähle da einfach auf eure Auffassungsgabe Ich habe ja hier hoffentlich Als Zuschauer Keine Horde von Trumps Oder Microsoft Mitarbeiter Okay Ronny gegen die Gegen die Welt So Jetzt können wir auch das Ding hier einsetzen Sehr schön Viel mehr gibt es hier Jetzt auch eigentlich gar nichts zu machen Das ist schon wieder ein Ei Willst du mich eigentlich rollen Du scheiß Eino Ich schau dich Tod Ich drück drauf Aber es passiert nichts Es bleibt einfach da Das muss wohl dieses Superstarke Ei sein Was aus Gips gemacht wurde Oder so Wie das Ding da war Egal Jetzt ist es weg So Ähm Also ich habe es gerade Wir gemacht Von allein ist es leider nicht Verschwunden Das wäre zu schön Definitiv zu schön So Wir können mittlerweile Frostleaf kaufen Achso Das kann sogar sein Wenn ich mir im Ei gerade Wo ich das auch draufgeklickt habe Etwas oder so gleich kaufen können Von daher Easy Ähm Ach warte Ich lasse erstmal hier Damit ich die noch ein bisschen hochleveln kann 25 Und dann auf 100 25 2,29 Ach haben wir gleich Das kriegen wir doch hin Und 3,2,1 0,75 0,5 0,25 Und 0 Booyah 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 So So Äh Na komm Dankeschön Okay Ab jetzt können wir hier Ähm 25er Schritz kaufen Dankeschön Perfekt Gut Achso Hier bringt es ja jetzt noch nichts So allzu viel Aber ist auch egal Ähm 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 Mehr gibt es eigentlich nicht Das war eigentlich alles was wir machen konnten Mehr können wir nicht tun Es liegt nicht in meiner Macht noch weitere Schritte Äh Einzuleiten Nichts mit Kumawakamaru Schade natürlich Aber wer hat auch was anderes erwartet Wir haben mittlerweile 70% Achievements Lol Gut Dann sollte das jetzt auch erstmal gewesen sein Tja Tja also ne Im letzten Clicker Let's play Hatten wir 96 Folgen Die Frage ist Wir haben jetzt hier die 44. Folge Aufgenommen oder Kann das sein Die 44. Ja genau Die Frage ist Bis wo wollen wir eigentlich spielen Woll ich sag mal so Spannender wird jetzt nicht mehr Das ist mal sicher Das steht so fest Es ist ja bloß noch immer ein Transzenten Äszenten 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 Weil drei Folgen brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. Das ist mal sicher. Von daher würde ich, Momentchen mal. Genau, das ist ja jetzt heute für Freitag, ne, Binks, Dings, Dings und Muster. Ich glaube mal, ich mache morgen und übermorgen, also für diese Woche jetzt, mache ich, wie gesagt, nochmal drei Folgen pro Tag. Aber ab nächster Woche stehe ich dann um auf eine Folge pro Tag. Und dann fange ich auch wieder an, intern wieder damit zu spielen, also dass ich dann auch halt auch Offscreen sende und Transende und B sende und Tendenze. Und dann, wie gesagt, die Ascension, die sind halt alle immer gleich. Ich level halt bloß noch hier meine Fücher hoch. Das Einzige, was halt immer noch ein bisschen spannender ist, ist solche Sachen wie Transension, weswegen ich auch definitiv Transension immer drin lassen werde in den Aufnahmen. Also, ne, Transension werden generell aufgenommen, aber wir brauchen nicht mehr jede Ascension aufnehmen. Weil entweder muss ich halt immer auf eine Folge warten, oder aber, damit ich einigermaßen vorankomme, ne, damit man halt effektiv vorankommt, pro Tag mehrmals Ascension. Heißt also, ich bin dann auch gezwungen, pro Tag mehrere Folgen aufzunehmen. Gut, jetzt könnte man, ne, konntest du, jetzt könnte man es natürlich auch so machen, dass man halt einfach mehrere Folgen zusammenschnippelt. Aber dann habe ich immer so eine Katz in den Folgen drinne, und sowas mag ich persönlich halt überhaupt nicht. So, überhaupt nicht. Ich stimme das eigentlich, eben so viel Geld bringt das hier gar nicht, oder? Ah, doch, man merkt schon, die Zahl wird schon merklich größer. Wenn ich jetzt den Autoklicker verwende, oh ja, dann wird das halt schon ordentlich schneller größer. Also, man kann jetzt schon richtig zugucken. Hat schon einen gewissen Effekt. Naja, machen wir mal weg hier. Danke. Genau. Von daher würde ich mal sagen, bis morgen. Aber wir holen uns nochmal die Dinger hier. Einfach, weil wir... Ah, gut, okay, zwei Stück. Drei Stück. Ne, doch, zwei Stück. Ach, ne, doch drei, aber der eine ist direkt hier drauf gefallen. Ha, lol. Weil eben, da hatten wir ja sieben. Jetzt haben wir acht. Ach, ja. So, dann machen wir mal... Einmal... So, dann können wir jetzt hier wieder auf T schalten. Du da rauf, bam. Und dann... Feierabend, schon mit V, bis morgen. Man sieht sich. Ja, das hier drauf. Ja. Rab- 對了. Boah.